Ich habe mich, als ich dieses Buch schrieb, gefragt, wie gehe ich eigentlich mit den Geiselnehmern um. Und ich war nicht willens, sozusagen die schon Cousinen und Tichés über diese Figuren, diese beiden Menschen einfach blind zu bedienen. Ich kann alle Dialoge auswendig, ich sage sie manchmal fast im Schlaf auf. Alles, was ich sage, hat mich absolut beeindruckt, wie euer Rösne hier gespielt hat. Ich habe das Gefühl, das ist auch phonetisch. Kein Zweifel, meine Damen und Herren, direkt vor uns befinden sich die Geiselnehmer. Hier ist Hans Meiser, deutsches Fernsehen. Guten Tag, kann ich bitte einem der Geiseldangster sprechen? Wer sind Sie denn, bitte? Der Bankräuber. Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen. Was denkst du denn, der Bankräuber? Die haben sich damit abgefunden, wir sind Verlierer. Und wie ihr es schön auch in dem Stück gezeigt habt, es gab die Fantasien von Röslein, und er sagt, wir schießen einem Richter gegen ihn vor die Tür und wir holen uns das zurück, was die Gesellschaft uns sozusagen vorenthalten hat. Sind Sie wirklich bereit, Leute uns zu bringen? Jo. In dem ganzen Duktus, in der Art und Weise, wie er auch Pausen macht und dann eben doch spricht, und das ist schon sehr nah an der Figur, das muss man wirklich sagen, also Chapeau. Du musst dir irgendwas machen, deshalb haben wir hier den Bus gekapert und so, verstehst du? Ja, ja, aus Rache, an den Bullen. Ja, ja, aus Rache, ne? Die kapieren, das wird ernst meint. Und was habt ihr jetzt vor, wie sieht der Plan jetzt aus? Weiß mal, brauchen wir natürlich irgendwie eine bessere Karre, ne? Nicht so eine scheiß Karre, wie das ist. So ein fettes Ding, ja, irgendwie für mehr Leute. Okay, so ein Siebener zum Beispiel. Ja, ja, so eine richtig fette Karre da, so ein richtig fettet da. Mich hat interessiert, was passiert, wenn ein kleiner individueller Lebenslauf in den Mahlstrom der großen Geschichte gerät. Und ich habe all diesen Figuren jeweils noch mit Binnengeschichte geschickt und habe jede Figur wie durch so einen Schraubstock gespannt, den ich ganz langsam zudrehe und habe mich gefragt beim Schreiben, wehren die Figuren sich dagegen oder lassen sich zerdrücken. Polizeiangabenfolge sind die schwer bewaffneten Männer in einem weißen Audi am Morgen in Bremen eingetroffen. Wie es weiter heißt, hätte einer der Bankräuber zuvor auf einer Raststätte einem Polizisten seine Dienstwaffe und ein Funkgerät entwendet. Hier ist es wunderbar gelongt, diese Hysterisierung dieser Situation. Also wenn plötzlich dieses Durcheinandersprechen, all diese Stimmen, diese Vielstimmigkeit, diese verwirrende Vielstimmigkeit, das finde ich ein unheimlich schönes Moment, das kannst du natürlich im Roman so nicht machen. Also ich bin reich beschenkt worden, ich gehe sehr glücklich nach Hause, wo ich das Gefühl habe, da haben sich natürlich junge Menschen und speziell auch sie mit meiner Arbeit sehr intensiv auseinandergesetzt, auch in der Kürze der Zeit. Und das ist so sicher, wie der Klamm in der Kirche, die Marion hat auch gesagt, dann ist sie, ne? Und so, und der letzte ist dann, ist dann dieses Jahr. Ich bin ganz im Ernst. Vielen Dank. Vielen Dank.